ja um die die zum versteckten ganz angenehme geschaffen die würde jetzt erst mal irgendwie wir sind auch schon wieder was fest so viel auf einmal sehen mit Dicken die Orte ist richtig 16 aber volle Lotte hat er sich gegönnt nie ist klar 16 diesmal ist das nicht meine Runde so das richtige für mich was Panzerfaust Hauptsache die ist dabei total unnütz weil du hast nur einen Schuss dann nehme ich mir lieber einen Mg mit da bin ich glaube ich etwas agiler sie sind doch zu dritt macht das schon hmmm ja da war ja 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 ich bin immer noch ein Halt mehr ja was Aus, Alter. Das war knapp. Wir müssen den einen da hinten wegkriegen. Hier ist das gar nicht, Alter. Killcam! Alter, ey. Boah, der ging entgegner 50 und ich trage den hinter ihm, aber auch gut. Ach, das war der letzte. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss hier noch einer sein. Ja, der hat bei mir am MG gefüllt. Hallo, Mr. Harobo. Bestimmt nach oben. Ah, hier ist schon wieder Kalle vom Latrinen-Dienst. Muss man hier die Leichen anfangen zu durchsuchen. Okay. Gibt's hier was? All Panzerfaust. Panzerfaust weggeschlissen. Hast du gut gemacht. Dir. Find ich auch. Alter, ich glaube, wenn du in so einen Raum reinkommst, Alter, dann ist sowieso erstmal vorbei. Das hier ist, glaube ich, der Raum, äh, Hellraiser. Und schon wieder mal naheladen. Also gefühlt lade ich hier echt 1,8 Millionen Mal öfter nach, als wie wir das erste Mal das Spiel durchgezockt haben. Als wie. Dabei habe ich das gleiche Gewehr. Achso, hier geht's weiter. Hier ist, glaube ich, Munition. Kann das sein? Irgendwas leuchtet hier. Hier gibt's ein bisschen Munition. Ach ja, da hinten kommen sie. Aber keine Musi. Killcam. Killcam. Kombo abgebrochen. Why? Und noch ne Killcam. Geht bei mir nicht mehr. Ist kaputt. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Ich hab... Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit der Springfield noch mehr vorbeischieße. Oh, gönnen wir. Gönnen wir eine Pause. Haben wir hier noch welche? Oh ja, mehr als genug. Gehen wir mal die Mosin wieder hier. Wo bist du? Äh, hallo E drücken und nicht R? Jee, dankeschön. Na dann. Ja, Ziel erreicht. Wir geben dich zum Schutzraum. Was war eure höchste Kombo? Keine Ahnung, kann ich dir danach sagen. Ich kann dir nur eins sagen, dass die... Ich glaube, ich habe die höchste Kombo. Ich habe irgendwo meine Mosin hingeschmissen und ich weiß nicht wohin. Hier ist eine Wand, wahrscheinlich wieder eine, oder? Hier ist ein Mosin. Letzte. So. So. Einmal schnell was trinken. Ich wäre auch munitioniert. Ich auch. Komm weiter. Also ich hatte eine Kombo von 29 gerade. Gönn dir, Digga. Ich habe doch gestern Abend noch geübt, oder was? Nein. Dann heute. Oder ich bin echt irgendwie geschlaucht heute. Noch, äh, von der Minecraft Aufnahme. Ich habe heute nur The Crew gespielt. Wie langweilig. Ey. Geleppold, wir verarschen gerade, oder was? Der kommt noch aus dem Auto rausgekrabbelt, alter. Mit der Gasmaske. Armstil. Hauptsache, er rennt weiter. Also ich habe das in Erinnerung, dass hier viel, viel mehr kam. Ah ja, genau. Gehen wir dich zum Museum durch. Und dafür würde ich sagen, gehen wir erstmal ein Stück zurück. Wie kommt sie da drauf? Errungsscher, 500 Kopfschüsse. Jo, mit der Granate nix getrotten. Ja, alter, wie der Helm immer genau dann wegfliegt, alter. Oh, genau neben mir seid ihr. Kommt ihr von hinten? Nee. Aber von der Seite. Masi. Killcam. Nur Techniker. Killcam. Oh, nun laden nach hier. Jo, keine Mann. Guten Hunger. Jo, guten. Killcam. Killcam. Auf den Vertragsingenieur. Nein, irgendwas bei, keine Ahnung, über, weit über 20. Na ja, weit nicht, aber über 20. Kombo. Ja. 25 schreit Mr. Haribo. Kann sein, ja. Was hast du hier zugekommen? Ich hab noch, ich hab noch was gehört. Jetzt. Und hier beim Museum, da haben... Alter, weißt du noch, wo das lang ging, Masi? Hier haben wir ja ewig dran gesessen. Ja, wir mussten irgendwie nen Umweg machen, weil der Weg verspät ist. Also erstmal so nen Standardweg gehen, ne? Hm. Jo. So, gibt's hier noch... Nee, wir... Digga, wir mussten keinen Umweg gehen, wir waren nur einfach zum Scheißen zu dumm. Weil... Woa... Wallah. Und... Weg. Really? Hat einer von mich vor mir ne Granate wieder geworfen. Ey, wieso denn hier so blöd das Ding hier, uns so hochzuklettern? Genau. War ja auch schon irgendwie so... 6 Uhr morgens, glaub ich. Ja. Ihr seid auch Trivolos Endcard. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es ihnen wissen. Schaut euch doch mal seine anderen Videos an oder lasst ein Abo da. Lieben Gruß, eure Trivolotta. 1 1 2 2 3 5 6